Leider mal wieder keine Neuigkeiten oder keine positiven Informationen zum X-Defined Release. Mark Rubin hat sich gestern noch einmal auf Twitter und anderen sozialen Plattformen, ex von mir aus, zu Wort gemeldet und hat berichtet, was gerade der Stand der Dinge ist. Meiner Meinung nach vielleicht eine kleine Ausrede zur Konkurrenz, die gerade einfach den Release hat oder kurz bevor steht oder eine neue Season von Apex Legends, die nebenbei auch noch ganz gut ankommt. Denn vor wenigen Wochen erst hieß es, und darüber habe ich auch berichtet, dass das Spiel fertig für den Release ist. Alles soweit perfekt vorbereitet, sie nur noch auf den perfekten Zeitpunkt warten, um das Spiel freizugeben. Und auf einmal sagt Mark Rubin, dass es immer noch Probleme gibt im letzten Spieletest vor einem Monat oder so, wann es war, oder ein paar Wochen mehr, sind doch noch ein paar Probleme aufgetaucht. Und er schreibt hier in diesem Text, ich übersetze das jetzt nicht alles, ich wollte es euch einfach nur mal einblenden, aber grob sagt er auch, dass ein Anti-Cheat-System Probleme bereitet, wo sie immer noch dran sind, das zu fixen. Und gerade relativ weit unten im Text schreibt er auch, ihm ist bewusst, dass es kein Spiel auf der Welt gibt, das released wird, was fehlerfrei ist, aber sie wollen es trotzdem versuchen, so fehlerfrei wie möglich auf den Markt zu schmeißen. Ich für meine Begriffe. Klar, mag das sein, dass das so stimmt, wie er das schreibt, dennoch glaube ich so ein Stück weit, es hätte schon released werden können. Aber ich glaube tatsächlich, es ist vielleicht so eine kleine Ausrede, weil eben die Konkurrenz gerade sehr, sehr groß ist von verschiedenen Publishern, die gerade neue Seasons bringen, ein neues Spiel bringen oder The Finals, wie das Spiel glaube ich heißt, soll auch eine große Konkurrenz zu X-Defines sein. Keine Ahnung, ob das schon draußen ist oder ob das jetzt kurz vor Release steht. Von dem Spiel habe ich nur mal grob gehört. Das ist glaube ich auch ein 6 vs. 6, habe mich mit dem Spiel noch nicht weiter beschäftigt, deswegen bin ich da nicht 100% belesen, aber ich habe die ein oder anderen schon gehört, die von diesem Spiel gesprochen haben. Leute, ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, was das Thema X-Defined betrifft und immer wenn es neue Nachrichten gerade von Mark Rubin und Co. gibt, werde ich auf jeden Fall auf diesem Kanal euch darüber informieren. Meine Fresse, Sprachfasching, ihr wisst soweit erstmal Bescheid. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.